Ok, und somit würde ich sagen, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Super Mario Odyssey. Mein Name ist Lockerzeit und willkommen zurück in Bowsers Land. Oh, und der Mondquadr, eh klar. Haben nie was anderes erwartet, aber los geht's. Wo ist der Mondquadr? Ich dachte, der ist ja irgendwo ein Mofo. Ja gut, was tut die Röhre da? Hier entlang ist eine Abkürzung, ist mir wurscht. Wie komme ich da durch eigentlich? Achso, wenn ich das damals auch machen müssen, ich glaube. Ah, vielleicht auch nicht. Wo bin ich jetzt gelandet? Warte, jetzt ist es eine große Abkürzung. Aber ich sehe den Mondquadr da, also das ist mein erstes Projekt einmal. Das andere wird, ouch, vorher ist vollkommen ignoriert. Und dann schauen wir uns mal das Land ein bisschen genauer an. Ich muss, glaube ich, gleich einmal zum Shop, glaube ich. Da habe ich irgendwann einmal was gesehen, was ich mit dem Samaraygewand, was ich jetzt gerade anhabe, anstellen kann. Also, glaube ich. Naja, wurscht, wurscht, wurscht. Sehr feurig geht's da auch zu. Aber, hey, Basland, was erwarte ich mir? Wow, das sind viele Sachen. Okay, okay, okay. Oh, wait a minute. Hello. Das glaube ich habe ich noch nicht gemacht, das Kunstfoto. Ja, ja, eindeutig wo das ist. Ziemlich. Nicht hundertprozentig, aber ziemlich. Ziemlich sicher, dass ich dich schon habe, aber... Naja. Ja, was, was? Wenn du bist. Ja, 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 ja. Nur eins. Stay safe. Arch. Vielleicht nicht super safe, aber, he? Okay, bringt das was? Ja, sogar ein Mond. Nice. Okay, Unruhestifter in Bausastfestung. Naja, mich hat er jetzt nicht so gestört. Na gut, was haben wir da? Aha. Das war unsauber. Aber genügend ausrechnend war unsauber. Außer langsauber recht bin ich schon zufrieden. What? What? Wie soll sich das ausgehen? Nein, nee. Okay, gleich nochmal. Was habe ich jetzt falsch gemacht? Geht's da mehr um Gesamtzeit oder mehr um das? Ohne. Ach, verdammt. Kann man das auch? Ja, kann man. Ja. Na, kann ich's nicht. Hä? Was verlernt? Na, nee? Durch das Geld, wenn man... Irgendwas stimmt, Gott, nicht. Wie geht das? Ich kann's aufwerfen, oder? Na, kann ich kein Rundumschlag mehr. So geht er. Ich hab's schon lange nicht mehr gebraucht. Das ist die Sache. Ah gut. Das erste ist somit die einfach normale. Ja. Geht schon. Okay. Gerade noch. Gar nicht gewusst, dass das auch geht mit Käppi. Okay. Sag ich nicht nein. Notenjagd per Drehwurf. Yep. Ganz genau. Gut, gut, gut. Oh, ich seh was. Ich seh was. Oh. Oh. What the heck? Was kann ich mit dem Ding ausstellen? Was kann man damit anstellen? Das ist jetzt echt eine gute Furk. Oh. Ich seh einen Schlüssel. Aber... Was bringt? Hi, Gumbus. Oh. Ich seh auch... Weg zum... Was ist das für ein Land? Ah, Küstenland. Uh. Nice. Kraft jetzt. Sag ich nicht nein. Ha. Ich schwören können, dass ich dadurch einen Mond rauskrieg. Echt, ne? Na, eigenartig. Höchst eigenartig. Na gut. Schauen wir mal. Höchst eigenartig. Ach so, dann bleibt es ruhig. Ah, so wo ist das? Ah nein, es bleibt es ruhig zurück. Kameraeinstellung. Kameraeinstellung. Wieviel haben wir eigentlich? 55. Von 100. Das kann auch ein bisschen dauern. Und das Ding da oben ist auch noch sehr interessant. Woher bringt mich das? Oh, das ist aber ziemlich weit weg. Wo bin ich hier? Ich würde mal sagen, zerstöre alles, oder? Vorerst. Au. Dass das keinster Def ist. Das wäre es der Winger unkürt. Okay. Oh, warte. Ah, responches? Okay. Ich werde das testen. Hm. Ich schau mal, ob du Respawnen zuerst. Das wäre vielleicht gescheiter. Weil wenn nicht, dann ist das der Weg für einen Mond. Es schaut nicht so aus, als würden sie respawnen. Okay. Dann habe ich sinnloserweise ein paar Boxen zerstört. Aber hey. Schöpfe, schöpfe. Schöpfe, schöpfe. Schöpfe, schöpfe. Und einen Mond gibt es auch. Schalte die Treppengrauser aus. Grauser? Treppengrauser. Hm. Schräg genommen. Aber gut. Geh in die Szene. Okay. Dann würde ich sagen, starten wir zurück. Ja. Genau da. Ich wollte die nämlich. Hype. Boah. Was hast du da? Ein Kimono? Na, wie geil. Mit, mit. Boah. Mit Feuerblumen. Ah, ah. Ding. Na, voll geil. Ha, ha. Feuerblumenmuster. So würde ich sagen. Baus als Festung. Ich glaube, ich bin heute zum ersten Mal aus freien Stücken. Hier. Die Festung ist atemberaubend. Egal, was für eine Geschichte sie hat. Sieh nur. Ein Mond ist vom Himmel gefallen. Nimm ihn nur mit. Dankeschön. Boah. Ich hab die Maske noch gar nicht gesehen, die, was du auf der Seite hast. Ja, bohu. Hm. Mir scheint, als hätte ich alle Länder in dieser Welt bereist. Oh. Aber gibt es nicht auch noch außerirdische Territorien? Natürlich gibt es die. Und gut. Schau. Das ist Wahnsinn. Das steht da. Wie geht es eigentlich Tiara? Wahnsinn. Ja. Cool. Wir haben nicht viel Kundschaft. Ja. Das ist mir bewusst. Aber. Ich glaube, mit dir muss ich reden. Ja. Rüstung sieht aus wie ein Samurai-Krieger. Beeindruckend. Dankeschön. Da wollte ich nämlich hinein. Damals. Da hab ich glaube ich noch zu wenig Münzen gehabt, wenn wir nicht alles testen. Oh mein Gott. Ist das geil. Äh. Ja. 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 Da könnte man vielleicht brauchen. Ah. Verfallen die er findet. Oh. Oh. Genau. Konto. Huh. Ok. Notenjagd. Hinter dem Parabent. die richtige aussprache ist vielleicht kommen wir aufklären ich verstehe alles würde das respawnen nur als safety schauen wir ganz kurz na moment ist mir dann stark das wäre nicht gut aber man kommt wahrscheinlich zurück kann auch gut die überklärung des giftzumpfs im parlament na gut geschafft ist geschafft die gäbe da ich sehe schon ist sicher ich bin betört ob dieser überwältigen vollkommenheit ja da fehlt was interessant es geht sicher ha 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 nice illustraten verstehe untergrund jesus Nice Gut, dann dauern wir den auch noch rüber Warum nicht? Sehr gut, zwei Monde Ja, die waren jetzt echt schnell Die paar Monde, was ich da jetzt Eingesackt habe So geht's einmal Gut, was kann man da eigentlich jetzt alles kaufen? Schau ich mal Uh, das brauche ich Hachimaki und A happy outfit Aber nochmal Fünf Münzen zu wenig Münzen, ich brauche hier mehr Münzen Moment, habe ich da oben gerade Münzen gesehen Ja, habe ich Gut Noch zwei Dann haben wir genügend Aber Ich schau mal zurück Mhm, da habe ich schon einen gesammelten Mond gesehen Okay In dem Moment, wie ich mich umziehen kann Du ist Außer ich bin gerade mitten drei Irgendwo Aber Ich habe die mal aus Naja, eher unwahrscheinlich Da oben war ich schon mal Oder Was sagt man, dass ich echt schon mal da oben war Ja Eindeutig Ja Ja, Passersfestung ist nicht gerade die einfachste Das ist einfachste Uhuuhuhu uhuuhu Ding Wenn, was Sachen finden betrifft Warte nicht Ja, doch So Oh, warte Wo kommt hier Bye, bye Haha Okay Hey, da irgendwo war das, gell? Ah, da. Ah, what? Herst. Okay, wo ist der Schlüssel? Oh no. Da wär's nix mit piksen. Hä? Ich konnt's nit wieder, oder? Wahrscheinlich stirbe jetzt. Ach doch, das geht. Ich konnt solche Dinge einnehmen. Okay. Gott, Steinwand, Steinwand, Stromkreis. Geschafft. Okay. Ich sitze das Ding weg. Gut, 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 gut. Ja, brauch hier nicht. Geh, weiter zurück. Und eben nur ein Menschiglick. Hihi. Ja, brauche ich hier, boah. Boah, boah, boah. So, geh eigentlich. Kleine Gumbus, die man in die Mekord, okay. Bei weniger Interesse. Da oben ist was. Da. Ah. Boah, kein Pikser. Wo ist der erste Pikser? Da hinten? Nein. What? Pikser? So, auf der anderen Seite. Kannst du nicht ausschließen. Aber ich hab schon mal hier in diesem Gebiet ein Pikser gehabt. Das beweisen die Münzen. Die, was ich schon eingesammelt hab. Ah, so, so. Genau auf die Mitten vom Metalldingen schlag ich drauf. Echt jetzt. Okay. Glück braucht man. Äh, zurück. Stimmt das? Ja. Okay. Jetzt weiß ich wenigstens wohin. Ist ein Vorteil. Äh, das Problem ist, wie komm ich da jetzt wirklich rauf? So vielleicht, ja. Gibt's sicher andere Methoden auch noch. Mit Käppiesprüngen und so. Aber. Wurscht. Macht mir nicht. Ah. Den hab ich auch schon mal eingesammelt. So, diesmal mach ich mal nicht den gleichen Fehler. Sondern dann einfach ein bisschen früher. Okay, sehr geht. Notenjagd. Die Mauer entlang. Sweet. Und da ist auch noch ein Notenjagd. Okay. Aber zuallererst... ...muss sie dies Ding nur da umgebringen. Weil... Ja, das ohne Ding. Ah, ja, 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 deswegen... Deswegen ist auch alles zu klar. Gut, ich konnte da auch pieksen, aber... Wurscht. Hopp. Ah, treffen. Hopp. What? What? Das war perfekt. Wie halt dann nicht... Okay, ein Versuch nur. Ah, ich muss ja zurück. Wahnsinn. Das muss den ganzen Weg nochmal gehen. Ah, das ist so... Kerst. Kann ich das nicht irgendwie aufbeschleunigen. Das wäre ja gerade sehr, sehr... ...interessant. Ich sag's, wie es ist. Nein, wenigstens muss ich diesmal die Notenjagd nicht nochmal machen. Auch wenn ich es unab... Undonks... Hm. War ja, schon lange nicht mehr gesagt. Aktivier. Undonks. Unabsichtlich. Nur so ein Name-Bike. Name-Bike. Ich werde schon... Ich fall schon wieder in einen wahnsinnigen Bongo-Dialekt. Also... Da wo ich... Ja. Ich weiß schon. Wie ein wahnsinniger Bongo-Rät. Das gibt... Muss ich spammen, oder was? Das gibt's ja nicht. So, das mal karten wir aber dahin. Weil... Mir reicht das gerade. Das ist eine Frechheit. Ja, ich kann's einfach spammen. Ja, viel gescheiter. Spammen! Spammen ist the way to go. Okay. Das ist eine schwierige Munde. Hier erst. Pigs. Jenseits der Hohen Mauer. Watt. Brauch ich wieder mehr Münzen. Oh. Ich glaub, da spring ich lieber nicht runter. So, äh... Mach ich die Ebenen noch geschwind fertig? Weil... Glauben nicht. Scheint nicht so, als würde der einen Mond hergeben. Wenn ich ehrlich bin. Wenn ich ehrlich bin. Ah! Moment. Das hab ich schon... Irgendwann. Irgendwann. Okay. Warum nicht? Ja, gut. Dann schaut so aus, als würde man in der nächsten Folge, äh, dann dieses Ding da nehmen. Also, ja. Machen wir was draus. Und ich hoffe, dass ich demnächst auch ein paar, äh, Bowsermünzen zusammenkriege. Einfach genau zwei eben noch. Und ja, dann ziehen wir uns danach gleich wieder um. Also, bedanke ich mir somit bei euch allen fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Und fertig. Dick. Okay.